Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um was ganz großes, nämlich IF-Verzweigung. IFs sind sozusagen der erste Weg, wie ihr euren Code irgendwie strukturieren könnt und ein bisschen, ja, bedingte Verzweigung einbauen könnt. Das werdet ihr wahrscheinlich in jedem Codeschnipsel brauchen, den ihr so findet. Und wir nehmen jetzt einfach mal im Folgenden an, dass hier X nicht immer 42 ist, sondern zum Beispiel von Benutzer eingegeben wird. Was wir noch lernen werden, wie wir das normalerweise machen. Okay, also wir sagen hier X ist 42, jetzt einfach nur mal so für uns und dann bauen wir uns ein IF. So, jetzt wie sieht so ein IF normalerweise aus? Wir haben ein Schlüsselwort IF und dann haben wir normalerweise eine Bedingung. Also hier rein kommt eine Bedingung und danach schreibt man oftmals solche geschweiften Klammern. Zur Schreibweise werden wir noch mehr finden. So, und hier rein kommt jetzt normalerweise eingerückt, damit man sehen kann, aha, das gehört zu was anderem, schreibt man irgendwelchen Code, also irgendwelchen Code, der dann ausgeführt werden soll, aber nur wenn die Bedingung wahr ist. Jetzt zu diesen Bedingungen wird es nächstes Video noch ein komplettes Video geben, weil man da richtig, richtig viel Gram damit machen kann. Und wir werden uns jetzt auf was relativ Simples beschränken. Ich habe euch sonst auch schon genug zu sagen. Und zwar sagen wir mal, wenn X gleich 42 ist, dann soll es ausgeführt werden. Achtet darauf, dass ich hier zwei Gleichheitszeichen benutzt habe. Das müssen wir jetzt schon mal machen. Nicht, dass es zu Verwirrung führt. X gleich 42 bedeutet, also gleich gleich 42 bedeutet, ich überprüfe, ob X 42 ist. Wenn ich nur ein Gleichheitszeichen hätte, dann ist es ja, wie wenn ich hier draußen schreiben würde, X gleich 42 fertig. Das würde bedeuten, ich weise X den Wert 42 zu, was ich ja offensichtlich nicht machen möchte. Ich möchte überprüfen, ob X den Wert 42 hat. Und ich kann hier natürlich auch mit anderen Variablen vergleichen, also X gleich gleich Y, wobei Y eine weitere Variable von mir ist. Kann ich alles machen, werden wir uns aber nächstes Video dann drum kümmern. Okay, jetzt, was passiert jetzt hier drin? Okay, ich überprüfe hier in meinen Klammern als allererstes zu diesem IF, ist mein X 42? Das heißt, hat es den Wert 42? Und falls ja, gehe ich in diese geschweifte Klammer rein und führe ich hier meinen Code aus. Also zum Beispiel sowas wie print war. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass der Benutzer gesagt hat, dass der Benutzer irgendwas eingegeben hat. Und wir überprüfen jetzt, ob das 42 ist. Und ja, jetzt geben wir wahr aus, aber nur, wenn dieses X auch wirklich den Wert 42 hat. Ansonsten springen wir hier nicht rein, sondern überspringen den ganzen Block, also quasi komplett die geschweiften Klammern, die werden einfach, als wären sie nicht da. Wir überspringen die und landen hier unten wieder in Zeile 6. Das heißt, wir führen hier einfach den Code weiter aus. Das ist schon mal eine gültige IF-Verzweigung. Jetzt kann man sich aber denken, dass das Ding nicht mächtig genug ist. Und zwar möchte ich ja vielleicht auch noch was machen, also zum Beispiel falsch ausgeben, wenn der User was anderes eingibt. Also, keine Ahnung, zum Beispiel 1337 oder sowas. Das mache ich normalerweise mit einem else. Also ich kann hier sagen, else, also wenn dieses if hier nicht wahr ist, also diese Bedingung hier falsch ist, dann möchte ich hier runterspringen in meinen else-Block. Also der Teil hier wird trotzdem übersprungen, aber der hier wird immer ausgeführt. Also else wird immer ausgeführt, sofern if nicht ausgeführt wurde. Wenn die if ausgeführt wurde, dann überspringen wir den else-Block. Dazu aber gleich noch mehr. Hier sagen wir dann zum Beispiel einfach print falsch. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, jeweils natürlich nicht nur eine Sache reinzuschreiben, sondern ich kann auch noch mehr machen. Ich kann hier zum Beispiel auch sagen, x++. Und dann kann ich noch viel, viel mehr machen. Bei der else ja genauso. Aber wir lassen es jetzt einfach mal bei einfachen Dingen. Also hier unten kann ich auch x-, minus-, oder sowas schreiben. Das kennt ihr ja mittlerweile auch schon, was das alles bedeutet. Okay, so, jetzt kann ich sagen, okay, wenn dieser Code hier ausgeführt wird, also sagen wir mal x ist 42, so wie es jetzt hier steht, dann springe ich hier rein in diese geschweiften Klammern, die jetzt hier unterkringelt oder unterstrichen wurden, springe ich hier rein, gebe dieses wahr aus und wenn ich die zweite geschweifte Klammer sehe, dann überspringe ich alles bis hin zu meinem else-Block, den ich auch noch überspringe, sprich ganz nach unten und wir landen in Zeile 9. Das heißt, das hier nennt sich ein if-Block, also, weil es eben zusammengehört. Wir haben hier das if und das zugehörige else. So, das heißt, wir überspringen bis hier runter, bis das else fertig ist und dann machen wir hier weiter. Ich kann jetzt aber auch noch so Sachen machen, wie hier unten noch eine weitere if einbauen. if x kleiner 100, was ja offensichtlich auch noch wahr ist. Und das wird dann aber von vorne wieder überprüft. Das heißt, es ist ein neuer if-Block, also, print x kleiner 100, sowas in die Richtung. Genau, also das heißt, mit diesem if hier, wenn das hier wahr ist, was es ja offensichtlich ist, dann überspringe ich zwar den else-Block, aber den if-Block hier, den prüfe ich wieder. Das heißt, wir haben zwei if-Blocke, nämlich einmal den hier und einmal den hier. Und das ist ganz wichtig, dass ihr da immer dran denkt, wenn ich einmal was überspringe, dann lande ich nicht irgendwie ganz am Ende oder sowas, sondern ich lande einfach nur hinter meinem zugehörigen else. Wenn es kein else gibt, dann einfach da. Okay, so, jetzt habe ich noch mehr Möglichkeiten. Und zwar, ich kann auch noch else if benutzen. Und das bedeutet, ich kann hier reinschreiben else if und dann wieder eine Bedingung angeben, zum Beispiel x kleiner als 50 oder sowas. Und dann sagen wir print x kleiner 50. So, jetzt Vorsicht. Wenn dieses if hier ausgeführt wird, also weil es diese Bedingung hier wahr ist, es geht wirklich von oben nach unten durch. Wenn diese Bedingung hier wahr ist, dann gehen wir in diese geschweiften Klammern rein, geben wahr aus. Und wenn wir diese geschweifte Klammer Ende erreichen, dann überspringen wir alles andere bis zu unserem else Ende. Da hat sich nichts dran geändert. Auch dieses else if hier ändert nichts daran, dass wir bis zum Ende von unserem else durchspringen. Hier machen wir dann ganz normal weiter und geben wieder x kleiner 100 aus, weil diese Bedingung hier auch wahr ist. Aber dieser else if Teil hier wird genauso übersprungen wie das else. So, jetzt ist aber natürlich die Bedingung x kleiner 50 trotzdem wahr. Naja, was machen wir stattdessen? Oder was machen wir? Wir überspringen es trotzdem. Das heißt, es interessiert uns nicht, ob diese Bedingung hier wahr ist oder falsch. Wenn wir eine Bedingung hatten, die wahr ist, also sprich die hier, dann werden alle anderen Sachen übersprungen. Gut, und sagen wir mal, das hier ist jetzt, keine Ahnung, wir schreiben hier jetzt hin 49, was ja offensichtlich immer noch kleiner ist als 50. Das heißt, das hier oben ist falsch. Okay, das heißt, wir gehen nicht in diese geschweiften Klammern rein. Nächste Bedingung prüfen. If x kleiner 50, aha, das ist doch wahr. Dann gehen wir hier rein und geben x kleiner 50 aus. Und wenn wir das hier erreichen, diese geschweiften Klammern zu, dann überspringen wir auch wieder alles, was danach kommt. Egal, ob jetzt da noch 50 else ifs kommen. Also, ich kann hier genauso gut noch 50 else ifs weiter reinschreiben. Ich überspringe alles bis zum Ende von meinem else und führe danach meinen Code ganz normal wieder aus. Also, ich kann jetzt hier noch weitere else ifs einbauen. Und wenn eine wahr ist, dann werden alle, die danach kommen, auf jeden Fall übersprungen. Aber es wird die erste genommen, die wahr ist. Das heißt, hier kommt es wirklich auf die Reihenfolge sehr, sehr drauf an. Gut, ja, und woran erkenne ich jetzt, ob dieses Ding hier ausgeführt wird oder nicht? Ich meine, ich kann ja den else-Block eigentlich auch weglassen. Das ist auch eine gültige if. Naja, das Schlüsselwort else gibt mir sozusagen an, was alles zu was gehört. Sprich, ich gehe von meinem if aus. Also, fange da quasi an zu zählen. Gucke weiter, gucke weiter. Okay, hier hört mein if auf. Ah, aber ich habe ein else. Also, geht es hier auch noch weiter. Das ist ein if-Block. Egal, wie viele else danach kommen, solange ein else kommt, gehört es immer noch zum selben if-Block. Und hier unten habe ich kein else. Das heißt, nur das hier gehört zu meinem if-Block. Okay, also das ist ein if-Block und das ist ein if-Block. Das heißt, wenn ich hier irgendwas überspringen möchte, dann springe ich bis hier runter. Und wenn ich hier was überspringen möchte, dann überspringe ich halt gar nichts. Ja, ist halt so. Okay, also so funktionieren ifs und else ifs. Und das ist ein bisschen komplizierter. Da würde ich euch dann tatsächlich auch mal empfehlen. Einfach ein bisschen rumprobieren und Spaß haben damit sozusagen. Einfach ausprobieren, was passiert, wenn ich das auf wahr setze. Was passiert, wenn ich da einen Wert einsetze und so weiter und so fort. Aber ihr werdet euch relativ schnell dran gewöhnen. Und ich würde euch vielleicht empfehlen, hier immer noch so ein bisschen Abstand zu lassen. Dann wisst ihr, aha, jetzt ist mein if-Block zu Ende und mein nächster Block kann anfangen. Ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.